Bei so Dickschiffen wie Apple oder der Allianz-Aktie, da ist doch nicht mehr richtig noch was nach oben möglich, oder? Da steckt irgendwie keine Kursfantasie drin. Sollte man nicht eher auf kleinere Aktien setzen? Die haben doch noch viel mehr Luft nach oben. Sind also mit Small Caps höhere Renditen möglich als mit den großen Aktien? Sollte man eher auf einen Small Cap ETF als Ergänzung zum MSCI World zum Beispiel setzen oder als Ersatz für ihn sogar? Das schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an. Ich bin Saidi von Finanztipp, viel Spaß dabei. Wenn du neu bist auf unserem Kanal oder dir nicht sicher bist, ob die wichtigsten Finanzprodukte bei dir noch passen, dann check das doch mal unter diesem Link, auch unten in der Videobeschreibung. Da haben wir dir die wichtigsten Finanztipp Basics mal zusammengestellt. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wisst ihr, in den 2000er Jahren, da hatte ich selbst mal einen Small Cap Fonds von Threadneedle. Die Nebenwerte, die Small Caps, die liefen damals total geil, vor der Finanzkrise und auch unmittelbar danach. Dass ich 5% Ausgabeaufschlag für den Fonds bezahlt habe und außerdem pro Jahr 1,7% Verwaltungsgebühren, das war mir angesichts der Performance lange Zeit egal, bis ich dann irgendwo mal ETF gelesen habe. Wir machen das heute in vier Schritten. Erstmal, was sind Small Caps überhaupt? Dann, wie ist so ein Small Caps Index aufgebaut? Drittens, was spricht für Small Caps, also in Small Caps zu investieren? Und schließlich viertens, wie sind Small Caps in der Vergangenheit gelaufen? Also erstmal, was ist eigentlich ein Small Cap? Wie grenzt man das von den Large Caps, von den großen Dickschiffen und von den Mid Caps, den mittelgroßen Unternehmen eigentlich ab? Mal zur Einordnung und zum Überblick für euch. Der MSCI All Countries World Index, IMI, das ist einer der breitesten Börsenindizes überhaupt, der umfasst ca. 9.000 Aktien und damit 99% des weltweit investierbaren Börsenwerts. 9.000 Aktien, in die man weltweit überhaupt investieren kann. Gar nicht so viel, wenn man mal darüber nachdenkt. Von diesen 9.000 Aktien umfasst der MSCI World bekanntermaßen knapp 1.600 aus 23 Industrieländern. Und in diesen Industrieländern deckt der MSCI World ca. 85% des Börsenwertes ab, der Marktkapitalisierung. Wenn man jetzt noch einrechnet, dass es neben den Industrieländern natürlich auch noch die Schwellenländer, die Emerging Markets gibt, dann deckt der MSCI World ca. 3 Viertel des weltweit investierbaren Börsenwertes ab. Zur Erinnerung, der Börsenwert, also die Marktkapitalisierung oder Englisch Market Cap, der richtet sich immer nach dem Streubesitz, nach dem sogenannten Free Float einer Aktie. Mal als Gegenbeispiel, die B-Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet, die zählen nicht zum Streubesitz, denn die sind praktisch ausschließlich im Besitz der Gründer von Google, nämlich im Besitz von Sergey Brin und Larry Page. Und im Gegensatz zu den A- und C-Alphabet-Aktien zählen die B-Aktien eben nicht zum Free Float. Der MSCI World umfasst daher auch nur Large und Mid-Caps, also große und mittelgroße Aktiengesellschaften. Small Caps machen vom Börsenwert her nur ca. 14% des Börsenwertes in den Industrieländern aus. Ein Index auf die Small Caps, der MSCI World Small Cap, umfasst dann auch ca. 4200 Small Cap Aktien. Und im Gegensatz zu den knapp 1600 im MSCI World könnt ihr also erkennen, dass die großen Dickschiffe zusammengenommen viel wertvoller sind als die vielen kleinen Beiboote, die vielen Small Caps. Und wie unterscheidet man jetzt Large Caps, Mid-Caps und Small Caps? Bei der Grenze zu den Large Caps ist man sich relativ einig. Meistens redet man ab einem Börsenwert von 2 Milliarden Euro drüber von dem Large Cap, drunter von einer Mid-Cap-Aktie. Bei der Grenze zu den Small Caps ist man sich dagegen nicht so sehr einig. Manche sprechen bei unter 500 Millionen Euro Börsenwert von einem Small Cap, manche bei 250 Millionen Euro. Damit ihr das mal ein bisschen einordnen könnt, hier ein paar deutsche Beispiele. SAP, die wertvollste deutsche Aktie, hat, zum Zeitpunkt, wo wir dieses Video drehen, einen Börsenwert von ca. 137 Milliarden Euro. Die Aktie von ProSiebenSat.1 ist im MDAX, also der zweiten deutschen Börsenliga, und hat derzeit einen Börsenwert von ca. 3,7 Milliarden Euro. Hornbach, Kamadaia, Yippie, Yippie, Ihr wisst schon, die sind in der dritten deutschen Börsenliga, nämlich im SDAX, und haben aber einen Börsenwert von ca. 1,5 Milliarden Euro. Sind also nach den normalen Maßstäben definitiv kein Small Cap, und das trifft übrigens auf viele Aktien im SDAX zu. Am ehesten trifft die Definition Small Cap noch auf das Online-Möbelhaus Home24 zu. Die haben einen Börsenwert von ca. 400 Millionen Euro und sind damit der kleinste Wert im SDAX. Der Indexanbieter MSCI, der macht die Einteilung anders, weil sich die Börsenwerte sowieso dauernd ändern und langfristig natürlich auch steigen. MSCI sagt, je nach Markt, die oberen 65 bis 75 Prozent vom Börsenwert her, die Aktien, die da reinfallen, sind Large Caps. Die darunter liegenden 15 bis 25 Prozent vom Börsenwert her, das sind Mid Caps, und die darunter wiederum liegenden 10 bis 20 Prozent der Rest der kleineren Aktien vom Börsenwert her, zusammengenommen, das sind die Small Caps. Bevor wir uns gleich anschauen, ob jetzt Small Caps besser gelaufen sind als die großen Large Caps, mal kurz, wie so ein Small Cap Index eigentlich aufgebaut ist. Der MSCI World Small Cap Index, der umfasst Aktien mit einem Börsenwert von ca. 200 Millionen US-Dollar bis rauf zu 1,5 Milliarden US-Dollar, aus denselben 23 Industrieländern, die auch sein großer Bruder der MSCI World beinhaltet. Der MSCI World Small Cap Index, der teilt seine ca. 4.200 Aktien in 24 Gruppen oder Branchen ein. Und er sagt, jede Branche soll vertreten sein, und zwar zumindest 40 Prozent ihres jeweiligen Börsenwertes. Das heißt, da findet schon eine gewisse aktive Auswahl statt. Das führt zum Beispiel dazu, dass die zahlreichen kleinen IT-Aktien nicht ganz so stark im Index vertreten sind, als wenn man rein nach dem Börsenwert gehen würde. Die Zusammensetzung des Small Cap Index wird dann halbjährlich angepasst, und die entsprechenden ETFs auf diesen Small Cap Index liegen von der TR, also von der Kostenquote her, so zwischen 0,35 und 0,45 Prozent pro Jahr. So, was ist jetzt eigentlich dran an dieser Lust auf kleinen Aktien? Ist das nur so eine vage Idee, dass die Kleinen besser performen als die großen Aktien? Ist das nur so eine Fantasie, dass aus den kleinen Unternehmen, dass die richtig durch die Decke gehen können und zu großen Aktien werden können? Wenn ihr auf Small Caps per ETF setzt und damit gestreut auf viele Small Caps und nicht nur auf einzelne hochriskante Nebenwerte, dann betreibt ihr tatsächlich das sogenannte Faktor Investing. Ihr setzt nämlich auf den Faktor Size, auf den Faktor Unternehmensgröße. Und dieser Faktor Size, der hat tatsächlich ein paar inhaltliche Begründungen und lebt nicht nur rein von der Kursfantasie. Die erste inhaltliche Begründung, warum Small Caps besser laufen können, ist, dass für kleine Unternehmen wesentlich weniger Analysen gemacht werden, weshalb dem großen öffentlichen Marktplatz, genannt Börse, weniger Information und weniger Transparenz zur Verfügung steht. Und das kann dazu führen, dass kleinere Unternehmen, kleine Aktien weniger beachtet und damit unterbewertet sind. Zweitens kaufen Großanleger, sogenannte institutionelle Investoren, weniger oft Small Caps. Denn mit ihrem vielen Geld, das würde sie in vielen Fällen sofort zu Großaktionären von solchen Small Caps machen. Und das verbietet ihnen entweder einfach das Wehrpapierrecht oder sie wollen einfach keine solchen Großaktionäre sein. Und wo die Großen nicht zuschlagen, da eröffnen sich natürlich Chancen für uns Kleinanleger. Und drittens schließe ich das Argument aus der Theorie der Ökonomie. Kleinere Aktien werden weniger gehandelt. Und deshalb sind sie illiquider nicht so leicht verfügbar und unterliegen deshalb höheren Kursschwankungen. Und wenn ich so eine Aktie kaufe mit dem Risiko höherer Kursschwankungen, mit diesem Illiquiditätsrisiko, dann erwarte ich dafür eine höhere Rendite, eine Prämie, eine Risikoprämie. Und so eine Risikoprämie, die gibt es bei den großen Large Caps, bei den Großaktien eben nicht. Weshalb diese Risikoprämie sich in der Masse positiv auf Small Caps auswirken sollte. Stellt sich also die Frage, zieht diese Risikoprämie für Small Caps wirklich? Gibt es eine Faktorprämie Size? Laufen Small Caps besser als Large Caps? Meine Kollegen vom Analyse-Team von Finanztip haben sich dazu vier wissenschaftliche Studien über die Rendite von Small Caps angeschaut und die Antwort lautet, wie sollte es anders sein? Kommt drauf an! Nämlich darauf, wann man in Small Caps investiert war. Die Säulenheiligen des Faktor-Investings. Eugene Farmer und Kenneth French haben sich den Zeitraum von 1963 bis 1991 angeschaut und haben festgestellt, dass über diesen ziemlich langen Zeitraum von fast 30 Jahren Small Caps besser gelaufen sind als Large Caps, als große Unternehmen, aber nur mit einem Renditevorsprung von 0,27 Prozentpunkten pro Jahr im Schnitt. Also ein ziemlich dünner Vorsprung. Aber wenn man den Betrachtungszeitraum erweitert um die 90er Jahre, nämlich von 1969 bis 2002, wie das Schrimpf, Schröder und Steele gemacht haben, dann stellt man fest, keine Risikoprämie für Small Caps. In dem langen Zeitraum sind nämlich dann Small Caps um 0,19 Prozentpunkte pro Jahr schlechter gelaufen als Large Caps. Überhaupt, gebt euch mal, wie dünn diese Unterschiede sind. Eine Studie von Ziegler et al. misst für den Zeitraum von 1982 bis 1999 einen hauchdünnen Vorsprung für die Small Caps von 0,08 Prozentpunkten pro Jahr. Und für den Zeitraum 1996 bis 2011 messen Hanauer, Kasera und Rapp wiederum, dass die Small Caps mit 0,7 Prozentpunkten pro Jahr im Hintertriffen gegenüber den Dickschiffen waren. Ihr seht schon, diese theoretische Risikoprämie von Small Caps gegenüber den Großkonzernen, die erweist sich in der Realität als ziemlich unzuverlässiges Gespenst. Sehr deutlich wird das, wenn wir einfach mal den MSCI World Small Cap Index gegen den MSCI World legen. Diesen Small Cap Index, den gibt es seit 1994 und seit 1994 bis heute liegt er gegenüber dem MSCI World mit ca. 1 Prozent pro Jahr im Hintertreffen, was über den gesamten Zeitraum von 26 Jahren gut einen Unterschied von 150 Prozentpunkten ausmacht. Insbesondere seht ihr hier links, wo die Graphen so auseinanderlaufen, dass Small Caps in den 90er Jahren ziemlich mies gelaufen sind. Komplettes Gegenteil, wenn wir uns nur die 2000er Jahre anschauen. In dem Zeitraum bekommt der MSCI World bekanntermaßen zweimal auf die Mütze von 2000 bis 2003 und in der Finanzkrise 2000 bis 2009 und macht über diese 10 Jahre bekanntermaßen Verlust. Die Small Caps dagegen, die kommen viel besser aus der Dotcom-Blase und erholen sich auch nach der großen Finanzkrise erheblich besser. Ergebnis, eine Small Cap Prämie von ca. 5 Prozent pro Jahr und nach 10 Jahren liegen die Small Caps um 50 Prozentpunkte besser als der MSCI World. Nächstes Jahrzehnt gefällig und nächste Verkehrung ins Gegenteil? Wovon waren unsere letzten 10 Jahre geprägt? Von Big Tech natürlich. Also Apple, Amazon, Facebook und so weiter. Und da lagen die Nebenwerte, die Small Caps eher im Hintertreffen. Nämlich über die letzten 10 Jahre mit ca. 2 Prozent pro Jahr und im Ende gibt es nach 10 Jahren um ca. 60 Prozentpunkte hinter den großen. Fazit, mit der Small Cap Rendite, mit der Faktorprämie Size, ist es wie mit vielen anderen Faktoren auch. Sie ist notorisch unzuverlässig. Werden im nächsten Jahrzehnt oder in den nächsten Jahrzehnten die Großkonzerne weiter die Digitalisierung beherrschen? Oder kommt irgendwann mal wieder eine Phase, wo die Startups die Macht der Großkonzerne brechen, bis sie schließlich selber zu Big Tech geworden sind? Diese Frage kann euch keiner wirklich seriös zuverlässig beantworten. Wenn ihr einen breit gestreuten Small Cap ETF zusätzlich im Depot habt, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass ihr damit jetzt einen wirklich großen Fehler macht. Aber ob euch die Small Caps wirklich eine hübsche Zusatzrendite im Vergleich zu einem Standard weltweit anliegenden ETF bringt, das ist eben total ungewiss. Und die etwas höhere TR von solchen Small Cap ETFs, die muss ja die Risikoprämie für Small Caps dieses notorisch unzuverlässige Missstück erst einmal verdienen. 100% in Small Cap ETFs, also als Ersatz für einen Standard Welt ETF, das würde ich persönlich auf keinen Fall machen. Und persönlich schon mal Erfahrungen mit Small Cap Fonds oder Small Cap ETFs gemacht? Habt ihr sowas im Depot? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst mir doch ein Like da und schaut auch mal bei unseren alten Videos rein. Bis zum nächsten Mal, euer Saidi. Bis zum nächsten Mal.